YouTube hat neue Adblock-Blocker. Mittlerweile könnt ihr drei YouTube-Videos mit Adblocker schauen und anschließend geht nichts mehr. Und ja, damit ist YouTube nicht ganz alleine. Es gab und gibt zahlreiche Websites, die euch nicht reinlassen, wenn ihr einen Adblocker habt. Sie zeigen zum Beispiel ein riesiges Banner, dass ihr den Adblocker deaktivieren sollt oder sie laden tatsächlich den Inhalt einfach gar nicht mehr. Und das ist aus Sicherheitsperspektive nicht ganz unproblematisch. Denn YouTube oder Google geben nicht annähernd so viele F*** darauf, dass die Werbung, die sie euch zeigen, auch wirklich gut ist. Es gab sehr lange die berühmte Komm-in-die-Gruppe-Werbung, die euch natürlich einfach nur abzocken will. Im Endeffekt ist das Scam und wird selbst mit Meldung nicht immer entfernt. Und natürlich gab es auf Google auch Werbung für die berühmte Fake-Chat-GPT-App, die eure Login-Daten gestohlen haben. Im Video zum Malvertising haben wir darüber ausführlich gesprochen. Werbung ist ein nicht zu verachtender Angriffsvektor, wenn man sich nicht gut darum kümmert, wer werben darf. Vor allem, wenn wir daran denken, wie viele Daten für personalisierte Werbung gesammelt werden. Aber klar ist eben auch, Werbung für die Finanzierung von Inhalten ist essentiell für viele. Viele greifen also eigentlich auch aus Sicherheitsgründen zu einem Adblocker. Aber das geht jetzt nicht mehr. Zumindest nicht auf YouTube. Und was Google angeht, da kümmern wir uns am Ende drum. Denn YouTube ist sich so sicher, dass es keine alternativen Videoportale gibt, zu denen man als User wechseln kann. Also lasst uns kurz darüber sprechen, was da eigentlich passiert. Auch aus einer technischen Perspektive. Denn das Ganze könnte das gesamte Werbungsgame ändern. Und wir wissen alle, Ads power the Internet. Ich werde euch jetzt nicht sagen, dass YouTuber nur mit YouTube Werbung überleben können. Das stimmt schon lange nicht mehr. Wir müssen uns eigentlich meist selbst um Sponsoren kümmern oder Millionen Aufrufe machen. Deswegen vielen Dank an GetInIT, dass sie auch dieses Video, den Kanal und die Academy damit unterstützen. GetInIT veranstaltet am Donnerstag, den 26. Oktober, wieder die Job.io. Die Job.io ist eine kostenlose Jobmesse mit spannenden Talks, wie auch meinem. Ich freue mich auch hier wieder den Talk um 14 Uhr zur Eröffnung halten zu dürfen. Dieses Mal geht es um IT Consulting. Einen Jobbereich, der für viele glaube ich sehr spannend sein wird. Unter anderem gelten wir IT-Sicherheitsberater auch als IT Consultants. Daher haltet euch gerne schon mal jetzt das Datum frei und bereitet euren Lebenslauf vor. Denn wie immer gibt es die Möglichkeit, den dort gratis checken zu lassen und natürlich Feedback zu bekommen. Ihr könnt auch dort direkt mit den Firmen chatten und natürlich zur Vorbereitung auch schon mal die Aufzeichnung zu den letzten Job.io und meinen Vorträgen dort besuchen, falls ihr das natürlich noch nicht getan habt. Schaut euch deswegen ganz gerne die Links in der Beschreibung an und wir sehen uns am 26.10. um 14 Uhr wieder. Wenn ich also solche Werbung in einem Video einbette, funktioniert das aber natürlich fundamental anders als bei YouTube oder Google Werbung. Die kann sich jeder ohne persönliche Absprache auf die Werbung holen. Das ist bei meinen Sponsoren anders. Im Normalfall passiert also folgendes. Man integriert als Website Betreiber ein kleines JavaScript auf seiner Webseite. Bei einer bestimmten Interaktion oder einfach beim Laden der gesamten Webseite wird dann die Werbung geladen und zum Beispiel abgespielt. Aka ihr klickt auf Abspielen bei YouTube und die Werbung wird abgespielt. Ist die Werbung fertig, wird das Video selbst abgespielt. Aber kann man das nicht einfach nicht laden? Spannend, dass du fragst. Das ist absolut richtig. Ich kann ganz einfach einzelne JavaScript nicht laden. Zum Beispiel kann ich einfach ads.js blockieren und einfach ignorieren, dass überhaupt da sein soll. Damit war tatsächlich der erste Adblocker geboren. Alternativ könnt ihr übrigens natürlich auch einfach den Container für die Werbung blockieren, in die das immer reingeschubst wird. Also hier zum Beispiel blockiere ich zwar keine Google Werbung, aber die Werbung für Spiegel Plus. Das heißt in dem Fall der Container oder das Skript werden einfach nicht geladen oder nicht angezeigt. Das ist auch durchaus sinnvoll, denn es gibt auch andere JavaScripts, die man einfach nicht zulassen möchte. Muss nicht unbedingt Werbung sein. Stellt euch vor, da hat jemand einfach einen JavaScript auf eurer Webseite am Laufen, das ihr nicht mal kontrollieren könnt. Da gehört wirklich viel Vertrauen dazu. Könnte ja beispielsweise eine Malware sein, die ihr euren Nutzern als Website-Betreiber anzeigt. Naja, Google und Facebook und Co genießen natürlich zum Glück dieses Vertrauen. Und selbstverständlich kann eine Website erkennen, dass der Container von euch entfernt wurde und ihn dann einfach wieder reaktivieren. Dann spricht man von Ad Reinsertion, also Werbung wieder einfügen. Und dann kann natürlich die wieder eingefügte Werbung auch wieder entfernt werden und so weiter und so fort. Naja. Aha, aber wie genau kann ich jetzt dieses Blockieren in einer mobilen App durchführen? Naja, leider gar nicht. Deswegen gibt es auch keine direkten Adblocker für die eigentliche YouTube App. Was es aber gibt, sind externe Tools, die den kompletten Netzwerkverkehr verändern. Und hier geht es jetzt in das nächste Level. Ein Beispiel hier ist etwa das Piehole. Läuft auf einem Raspberry Pi und ist eine Art Netzwerk-Gateway. Ihr könnt euch das quasi wie einen zusätzlichen Router vorstellen. Alles, was über das Internet geht, kommt erstmal durch den Piehole durch und wird dort gewaschen. Manche Sachen werden also zwar von der Website oder der App angefordert, kommen aber einfach nie an, weil sie im Piehole blockiert werden. Man kann beispielsweise im Piehole einstellen, dass die Domain Ads.com einfach komplett verschluckt wird oder man lässt einfach einzelne Bilder nicht zu. Dann werden die zwar versucht zu laden, kommen aber einfach nicht an. Und da die Webseite oder App weiterhin funktionieren möchte, ignoriert sie das halt einfach. Ein anderer Ansatz ist eine externe App. Sagen wir, ihr veröffentlicht die App YouTube Ad Free. Diese App sieht dann zum Beispiel exakt so aus wie YouTube und kann alles, was YouTube kann. Aber sie zeigt nicht YouTube, sondern sie lädt die Videos von der YouTube-Programmierschnittstelle direkt und zeigt die euch direkt an, ohne dass sie die Werbung dazu auch abfragt. Das lässt sich aber YouTube normalerweise sehr, sehr gut bezahlen und die App müsste sich dann irgendwie anders drum kümmern, anschaffen zu gehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn eine Website etwas dagegen tun möchte, ist es wirklich kein Problem, Nutzer auszusperren. Lasst uns mal kurz durch die Adblock-Möglichkeiten und deren Gegenmaßnahmen gehen. Wird ein Skript nicht geladen, kann ich eine Warnung anzeigen oder den Nutzer einfach zum Verlassen der Seite zwingen, indem ich das mit einem anderen Skript einfach überprüfe. Dasselbe gilt natürlich, wenn der Container, der meine Werbung anzeigen sollte, plötzlich leer ist. Das nennt sich Resource-Baiting. Wenn die Ressource nicht da ist, dann sperre ich den Nutzer zum Beispiel aus. Das kann ich über JavaScript machen und sogar das veränderte CSS kann ich mit JavaScript überprüfen. Aber was ist denn, wenn wir das JavaScript blockieren, dass das prüft, ob das Zeug blockiert wurde? Nun, das ist erweitertes Adblock-Blocking und hier wird es jetzt spannend. Ihr seht schon, das hat sich über die letzten paar Jahre immer mehr hochgeschaukelt und wurde immer extremer. Adblock-Blocker-Blocker sind sogar seit einigen Jahren der Standard. Man blockiert also Skripte, die erkennen, ob wir Ads blockieren, um die Ads blockieren zu können. Okay? Okay. YouTube hat ein gewaltiges Interesse daran, dass ihr Inhalte schaut. Aber YouTube hat für längere Videos eine gewisse Marktmacht. Und wenn ihr Inhalte schaut, geht es YouTube nicht unbedingt darum, dass ihr die Inhalte schaut, sondern nur die Werbung. Denn die bringt Geld ein. Deswegen werden nicht ganz so werbefreundliche Videos nur sehr spärlich auf eure Startseite befördert. Und ja, das macht durchaus etwas aus. Denn über 70 Prozent von euch schauen über diese Startseite YouTube. YouTube entscheidet also, welches Video gesehen wird, was manche Kanäle wie auch meinen ein wenig in seiner Freiheit einschränkt. Aber die eigentlichen Inhalte, who cares? Also hat YouTube eigentlich auch kein besonders großes Interesse an den Leuten, die keine Werbung sehen. Denn die kosten YouTube Geld und bringen nichts ein. Und damit kann die neue Strategie Ausschluss von denen, die einen Adblocker benutzen. Das war davor tatsächlich kein Thema. YouTube macht das allerdings schwieriger als andere Webseiten. Die Website von YouTube ist komplex. Die wird minimiert, optimiert, live verändert. Und vor allem werden Werbevideos nicht von einer fremden Domain geladen, sondern sind selbst nur YouTube Videos. Ich kann zum Beispiel ganz einfach eines meiner eigenen Videos zu einem Werbevideo machen. Dann seht ihr dieses Video, das eigentlich normales YouTube Video ist, als Werbung vor anderen Videos. Das hat eine spannende Implikation. Woher soll mein Adblocker wissen, dass jetzt das eine Video gesperrt werden soll, weil Werbung und das andere nicht? An diesem Mechanismus scheitern auch schon einige Adblocker von Browsern übrigens. Der einzige Adblocker, der zumindest manchmal funktioniert, ist aktuell YouBlockOrigin. Und deshalb habe ich mir mal angesehen, was der eigentlich so genau macht. Im Grunde ist auch deren Ansatz ziemlich fehleranfällig und führt häufig dazu, dass etwas gar nicht funktioniert. Ihr könnt viele andere Addons nicht mehr nutzen und auch nicht stacken und müsst immer mal wieder auch selbst aktiv werden. Sie blockieren aber im Grunde auch nur einige Netzwerk Requests, wie das auch der Piehole macht. Sie blockieren einige Elemente auf der Webseite und einige Skripte, die geladen werden. Das wird allerdings zunehmend schwieriger und es gibt einen Punkt, ab dem niemand mehr etwas tun kann. YouTube ändert derzeit seine Skripte für Werbung und die Orte, wo die Werbung liegt, zweimal am Tag, schreiben sie zumindest. Die werden dann dynamisch geladen und das passiert wahrscheinlich voll automatisch auf YouTube-Seite. Jedes Mal, wenn das passiert, muss allerdings beim Adblocker ein neuer Eintrag hinterlegt werden, der sagt, das ist Werbung und das dann blockiert. YouTube muss also eigentlich dafür nicht wirklich was tun und damit haben wir eine Asymmetrie im Aufwand. YouTube kann hier vermutlich einfach sagen, das ist ein Video, das ist eine Werbung und das beim selben Skript, das im Hintergrund läuft. Das kann jederzeit einfach geändert werden und so können sich die einzelnen Skripte auch mal überlagern und man blockiert aus Versehen ein Video statt einer Werbung. Sieht man gar keine Werbung, kann es sein, dass man sogar ausgelockt wird, manchmal zumindest. Und YouTube kann natürlich auch die Frequenz massiv erhöhen. Zweimal am Tag kann der Anfang sein, wir können aber auch beim zweimal pro Minute liegen und dann wird es für die Leute, die die Filterlisten bei Adblockern pflegen, ein unfassbarer Mehraufwand, das alles zu betreiben. Bedenkt man dann noch, dass die Videos auf der Webseite nur dann laden, nachdem eine Werbung gesehen wurde, dann kann das ein sehr schnelles Aus für viele Adblocker bedeuten. Dahinter steckt natürlich die Idee, YouTube Premium zu etablieren und ja, ich habe das selbst schon seit einigen Jahren. Da ich kein Spotify habe und nur YouTube Music, ist mir das allemal wert. Es hört sich zwar nach einem fairen Modell an, das sowohl uns Creator als auch eure Zeit bedenkt, aber ich persönlich finde es ziemlich schade, wenn Menschen, die sich kein Premium leisten wollen oder können, zugeballert werden mit Werbung. Zumal das am Ende echt viele Seiten werden, für die man ein Premium bräuchte. Und ich erschrecke jedes Mal, wenn ich woanders YouTube schaue, wie unfassbar viel Werbung eigentlich kommt. Auf der anderen Seite, vielleicht wird ja dann die Frequenz und Menge an Werbung wieder etwas reduziert, wenn eigentlich mehr Leute im Durchschnitt Werbung sehen. Naja, aber es gibt ein Thema, das wir noch nicht betrachtet haben. Das sind Google Ads. Wenn YouTube mit diesem Modell Erfolg hat, dann liegt natürlich nahe, dass man das auf Google Ads ausweitet, so ein Update eben. Sozusagen eine Werbung, die sie nicht ablehnen können. Und das auf jeder Webseite. Das fände ich ziemlich furchtbar. Denn mit all den Push-Benachrichtigungen erlauben Newsletter, Registrierungsangeboten und Ads, die einfach mitten ins Gesicht rein poppen, sind die meisten Blogs und Nachrichtenwebsites einfach nicht mehr benutzbar. Und im Gegensatz zu YouTube Premium gibt es kein solches Programm für Google Ads. Aber es ist auch deutlich schwieriger, das Ganze mit Google Ads durchzuführen. Denn irgendwo auf der Webseite müssen die Ads ja angezeigt werden. Bei YouTube ist der Verteiler der Ads derselbe wie der Anbieter der Videos. Dadurch ist dieses Mischverhältnis einfach sehr viel leichter. Eine Nachrichtenwebsite muss irgendwo auf der Webseite einen gewissen Bereich reservieren und sie müssen die Werbung von extern, also von einem anderen Anbieter als ihren restlichen Inhalt nachladen. Dieser für Werbung reservierte Bereich, der kann ja relativ easy blockiert werden. Das hatten wir schon. Und die externe Domain, wo die Werbung herkommt, die kann auch blockiert werden. Allerdings, wenn der Bereich blockiert ist, könnte euch die Website rauswerfen. Gut, bleibt Domain blockieren, sprich nicht einfach von Google Ads irgendwas laden. Und hier wird es jetzt noch mal ein wenig lustig. Denn Google Ads ist ausschließlich im Frontend eurer Webseite aktiv. Heißt, wenn ich auf meiner Webseite Werbung von Google integriere, dann macht mein Server, wo also die Website liegt, nichts mit der Werbung selbst. Die kommt nicht von meinem Server. Erkennt die tatsächliche Werbung, die ihr dann seht nicht mal. Man bindet einfach nur ein Skript ein und das Skript lädt dann die Werbung direkt von eurem Browser aus. Deswegen ist das so leicht zu blockieren auch. Macht man nun, was man bei YouTube tut, sprich man wechselt ständig das Skript, dann müsste man das Ganze serverseitig machen. Ich als Entwickler der Website habe also plötzlich mehrere Skripte bzw. sogar einen Algorithmus, die euch die Werbung dann anzeigen. Das heißt, ich liefere euch im besten Fall die Werbung und nicht mehr Google direkt. Die Werbung wird von Google an meinen Server geladen und mein Server zeigt euch dann direkt die Werbung an. Nicht mehr Google. Dadurch wird das Blockieren zwar schwerer, aber das heißt auch, dass nicht mehr Google eure Daten sammelt und sagt, zu welchem Thema ihr jetzt Werbung bekommt, sondern ich müsste das direkt tun. Und das fände ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Denn aktuell sammeln Werbetreibende überall Daten. Massig und massiv. Ich bin zum Beispiel auf EMP, kriege auf einer völlig anderen Website dann aber die Werbung für EMP. Ich sehe mir irgendein Kleidungsstück an und ich kriege überall Werbung für ähnliche Kleidung. Das geht aber nur, weil Google entscheidet, welche Werbung wir sehen. Nicht der Website-Betreiber. Denn Google hat durch Tracking die Informationen, was ihr überall euch ansehen wollt und angesehen habt. Wechseln wir zu dieser etwas schwereren zu blockierenden Art von Werbung, dann entscheidet der Betreiber der Website. Und der hat wahrscheinlich nicht die Informationen, welche Techwear Hose ich mir vorgestern angesehen habe. Und das heißt, Werbung wechselt von personalisiert vielleicht, wenn wir Glück haben, zu kontextbasiert. Wenn ich einen Artikel zu Techwear Fashion lese, kriege ich Techwear Werbung. Wenn ich einen Artikel zu AI lese, kriege ich Werbung für eine AI-App. Und das wiederum würde heißen, vielleicht zumindest, Google sammelt vielleicht weniger Daten über mich. Und ehrlich gesagt würde mich das ziemlich glücklich machen. Ja, vielleicht sieht man dann mehr Werbung, aber vielleicht drehen dann alle auch wieder eine Stufe runter, wenn die Einnahmen insgesamt gestiegen sind, weil eben nicht mehr so viele Ads blockiert werden. Weniger dafür kontextbezogene Werbung. Damit könnte ich ehrlich gesagt sogar leben. Und im Zweifel gibt es ja für Seiten, die man viel nutzt, immer noch Premium. An der Stelle vielleicht eine kurze Frage in die Runde. Ich habe überlegt, für unsere Bootstrap Academy als Option zu geben, Videos ohne YouTube zu schauen. Also aktuell sind die meisten ja von YouTube eingebettet und ich würde sie eigentlich ganz gerne nativ integrieren. Ich habe ja die Videodateien, wie das eben auch zum Beispiel bei den Hacking-Videos schon der Fall ist. Das ginge allerdings nur gegen Bezahlung, weil Serverkosten. Der Speicherplatz würde ja drastisch steigen, wenn ich das für jedes Video mache. Wäre das für euch eine Option oder würdet ihr dann tatsächlich lieber die YouTube-Videos schauen wollen? Schreibt mir das ganz gerne mal. Danke und bis Donnerstag!